Hiho und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Mal wieder etwas altmodisch, etwas zurück zu den Anfängen, wie jeder, der mein erstes Video kennt, weiß, ist das der Hintergrund, in dem ich mein erstes Video aufgenommen habe. Und meistens bin ich ja jetzt in meinem Zimmer, aber weil ich heute einen Gast habe, bin ich heute im Wohnzimmer. So, das klingt jetzt etwas verworren, aber ja. Ja, wie immer werde ich euch sagen, was heute mein Thema ist und wie ich darauf gekommen bin. Und mein heutiges Thema ist so das Zusammenleben zwischen einem Asperger und einem normalen Menschen. Also nicht, dass wir Asperger nicht normal sind, aber jemand, der eben keinen Asperger hat. Und ich vertaddle mich schon wieder. Das tut mir leid. Wie ich darauf das Thema gekommen bin, ist, weil gestern hatte ich durch Zufall, hat meine Mutter mir von einer Debatte erzählt und dass da so viele Leute viele Ansichten hatten und darum diskutiert haben, um, ja, um Kaisers Bart. Und dabei irgendwie was ganz, was für mich was ganz Normales in der Denkweise war, nicht beachtet haben. So, das klingt jetzt irgendwie noch komischer. Aber okay, das war jetzt mein Anfang. Ich ziehe es jetzt durch, Leute. Ich ziehe es durch bis zum Ende. Gut, ähm, ja. Also, was mir diesbezüglich eingefallen ist, ist, dass ich oft Dinge bedenke, bedenke, die ein normaler Mensch nicht bedenkt, aber ich auch so komische Neurosen habe, die kein normaler Mensch hat. Unter anderem auch sowas wie, ich könnte meine Mutter einmal die Woche erschlagen, wenn sie das Geschirr abtrocknet und dann die grüne Schüssel über die rote Schüssel tut, wo doch die rote Schüssel in meinen Augen offensichtlich größer ist als die grüne Schüssel. Wie geht es dir damit dann? Also, die grüne und die rote Schüssel sind baugleich und die Farbe gibt eine andere Optik. Und im Prinzip könnte man sagen, es ist wurscht, wer oben und unten steht von den Schüsseln, wenn da nicht dein Tick mit die grüne muss da und die rote muss da sein wäre. Ich möchte noch zu meiner Verteidigung sagen, die rote Schüssel hat mehr Platz innen im Raum und die grüne Schüssel ist innen ein bisschen kleiner. Das kann sich nur um Millimeter handeln, die ein anderer nicht erkennen kann. Es wäre möglich, ich widerspreche da jetzt mal nicht, vom Hersteller her ist die Schüssel als baugleich angegeben. Eine andere Sache ist, ich bin total neurotisch, wenn es um Tassen geht. Ich habe vier Gläser, die sind baugleich, wirklich, die sind von derselben Art, aber zwei davon sind etwas spülmaschinenmilchig geworden und zwei sind noch sehr klar. Und ich benutze zwei davon nie. Was wäre dann, weil ich eben immer möchte, dass die dann nicht benutzt sind für den Notfall, wenn die anderen mal kaputt gingen? Wie würdest du das machen? Also ich empfinde diesen Vorrat an, die zwei Klaren müssen da stehen und dürfen nicht benutzt werden. Finde ich eine Platzvergöldung im Schrank, zumal wir sowieso nicht so viel Platz haben. Und ja, das sind Dinge, die kann ich nachvollziehen, weil ich dich kenne, aber ansonsten läuft mich das. Dann natürlich die allzeits bekannte Problematik des Sommers. Zu ohne Fenster. Ich habe bei mir ja immer das Fenster zu und sonst ist überall Sonnenlicht. Und meine Mutter ist jemand, die mag Sonnenlicht und braucht es auch bis zu einem gewissen Grad. Ich hingegen bin eher so eine, ich bin eine total typische Kartoffel, ich bin ein Nachtschattengewächs. Kann man nicht anders sagen. Höne, Mensch. Ach komm, Höhen, wenn es so primitiv ist, dann nicht. Aber ich bin total der Kartoffelnachtschattenmensch. Wie ist das für dich, wenn ich sozusagen da sitze und teilweise auch fordere, dass es dunkel ist, obwohl du das Licht brauchst? Also wie du schon richtig sagst, das Licht ist für mich sehr wichtig. Und auch Luft, weil ich nicht sogar bei 30 plus irgendwelchen Graden in einer zuenden Wohnung leben möchte. Und schwierig ist, wenn solche Forderungen, nenne ich es jetzt mal, kommen und ich mir denke, ja, sowas, hoppala, das ist doch eigentlich die Wohnung, in der ich zuerst war, die ich eingerichtet habe von meinem Geld, die ich entsprechend, ja, dekoriert habe. Und jetzt soll ich mich immer mehr an irgendwelche Kommandos und Forderungen halten. Das macht Mühe. Ja, und das ist auch so ein Grund, warum ich wirklich froh bin, dass ich meine Eltern habe, weil bei uns zu Hause werden die Dinge wenigstens besprochen und es gibt immer Kompromisse. Sowas wie bei mir im Zimmer kann ich den Rollladen untrennen lassen, natürlich. Und überall sonst sind die Rollladen offen. Und vor allem, wir haben uns vor vielen Jahren dann mal Fliegengitter zugelegt, weil ich habe ja eine Insektenphobie und ich habe immer diese furchtbare Insektenpanik. Wobei übrigens zu einem anderen Thema kommt, die Eingangstür. Oh, ein sehr wunderbares Thema. Ich sollte immer diese Tür schneller schließen, wie ich durch die Tür durch bin. Es ist mir noch nicht gelungen, durchs Schlüsselloch zu gehen. Und für meine Ansicht ist immer so, ich denke mir immer, wer braucht denn bitte ein gefühltes 200 Meter breite Öffnung, um durch eine Tür durchzugehen? Wenn ich jemand bin, ich mache die Tür einen Schlitz auf, quetsche mich dann da durch und dann mache ich sie wieder zu. Ja, und ich quetsche mich nicht, weil ich sowieso schon überall verletzt bin und überhaupt nicht einsähe, warum ich wegen einem nicht vorhandenen Tier, einem theoretischen Eindringling, mir alle Arme und Beine anstoßen soll. Zur Anmerkung, heute saß eine Motte im Gang. Ob die vorher oder nachher saß, konnten wir nicht beweisen. Gut, das kann ich auch nicht. Gut, dann noch so ein Thema, das mir auf die Schnelle einfällt, ist das Thema Abwasch. Ich bin jemand, meine Mutter ist Hausfrau und Mutter und ich sehe es oft so, da sie sich ja entschieden hat, Hausfrau und Mutter zu sein, es gehört zu ihren Arbeitspflichten, den Abwasch zu machen. Aber gelegen... Und ich sehe das überhaupt nicht als Pflicht, sondern als Angebot, weil aus dem Alter von Pflicht ist längst rausgewachsen. Also, und oft haben wir wegen sowas dann so, wegen solchen Kleinigkeiten kommen dann so Zerflereien, wo ich dann immer zu diesem übereilten Schluss komme, ein Asperger und Normalo können nicht zusammenleben, das klappt nie. Und wenn ich dann sage, dann zieh doch aus, du Asperger, dann will man das aber auch nicht hören. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, wenn man sich einfach immer wieder im Gespräch miteinander ist und immer wieder bereit ist, Kompromisse einzugehen und immer versucht, irgendwelche Lösungen zu finden im Gespräch, dann kann man es wirklich wunderbar schaffen, zusammenzuleben. Was aber natürlich nicht funktioniert, wenn man nicht eine gewisse Akzeptanz, Toleranz und auch eine gewisse Zuneigung zueinander hat. Genau, die Basis ist die Zuneigung, weil ohne Liebe zu dir schon ein Jahr... Hätte ich wahrscheinlich schon an die Watt geklatscht. Ja. Und das ist eben das Wichtige, was ich jedem raten möchte. Wenn ihr diese Gespräche führt, was euch stört, dann seid nicht so, dass ihr immer erstmal davon ausgeht, es kann ja gar nicht funktionieren, es muss ja alles scheitern, weil... Sondern versucht einfach erstmal sowas zu machen, wie zu versuchen zu sagen, es muss nicht scheitern, nur weil wir anders sind. Weil anders zu sein, heißt nicht immer, nicht versöhnlich oder irgendwie kompromissbereit zu sein. Oder? Schöne Schlüssel. Gut. Dann schreibt ihr so unter die Nase. Okay. Ich möchte euch jetzt auf jeden Fall sagen, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche noch. Wir sehen uns am Freitag wieder. Ihr könnt mir natürlich gerne auch schreiben auf Twitter oder auf Facebook oder eben auch hier direkt in die Kommentare oder eine E-Mail. Und mich würde mal interessieren, wenn ihr mit einem Normalo als Asperger zusammenlebt oder als Normalo mit einem Asperger. Was sind denn so eure Probleme? Wo hakt es bei euch? Und ja, erzählt es mir einfach. Würde mich mal interessieren. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bis nächste Woche. Ne, warte, bis Freitag. Ciao.